Jede Immobilie ist anders. Manchmal genügen ein paar Handgriffe, ein paar schöne Blumen, ein schönes Bild. Manchmal sollte man ein Homestaging anbieten, Wohnungen einrichten. Das alles stimmen wir mit dem Eigentümer ab, bevor wir die Immobilie perfekt präsentieren. Was ist eine Immobilie wert? Eine Immobilie hat den Wert, den jemand bereit ist, als höchsten Preis zu bezahlen. Diesen Höchstpreis erzielen Sie mit unserem Bieterverfahren. Wir werden von unseren Verkäufern immer wieder gefragt, wie finden Sie den richtigen Käufer für meine Immobilie? Unser größter Schatz ist unsere Kundendatenbank mit über 30.000 Kaufinteressenten. Mehr als 50% unserer Kaufabschlüsse kommen über diesen Weg. Das wichtigste Entscheidungskriterium für den Immobilienverkauf ist die Ermittlung des Wertes Ihrer Immobilie. Unsere Bewertung ist die beste Entscheidungsgrundlage für den Verkauf. In den Onlinebörsen sind wir münchenweit das präsenteste Unternehmen. Unsere Mitarbeiter sind perfekt ausgebildet und halten uns so den Rücken frei. Wenn die Käufer zur Besichtigung ins Haus kommen und sich bei der Besichtigung schon wie zu Hause fühlen, dann ist das das größte Kompliment für uns. Seit über 30 Jahren leben und arbeiten wir in Bogenhausen. Sowohl beruflich als auch privat können wir uns keinen besseren Lebensmittelpunkt vorstellen. Als Erbrechtsanwalt hatte ich immer viel mit Immobilien zu tun. So bin ich zur Immobilienwirtschaft gekommen. Mein juristisches Fachwissen kommt auch heute noch unseren Auftraggebern zugute. Im Bieterverfahren gelingt es uns regelmäßig, die Erwartungen unserer Verkäufer zu übertreffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017